Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Star Wars Episode 3, nein bei Human Fall Flat natürlich, aber ich fühl mich hier gerade wie bei Star Wars. Mit der lieben Nice, der jetzt auch ein bisschen zu farm ist. Das erinnert doch irgendwie an Star Wars 3, hast du geschaut ne? Schau mal da oben, ja ich hab alle geschaut, ok? Ok, die hat mal einen Film geschaut, uah. Na gut, da kommt gleich der Imperator durch. Das passt ja schon, das ist ja auch wie eine Ähnlichkeit, uah. Ah, der macht Griff. Nein, ich will nicht. Nein, nein. Aber guck mal, der Typ, der passt ja, der passt auch dazu, ne? Sag ja hier, Star Wars. So, genau, ne, wir machen heute das Level Aborno, ist das letzte Level jetzt, ne? Dann haben wir alle Level durch. Mir ist hier zu warm. Und dann, ja, dann gehen wir mal rein, dann machen wir auf. Wer ist nochmal zurück? Ne, doch nicht, brauchen wir noch ein bisschen länger. Uuh, sci-fi. Kann man das anfassen? Ne, wir können das jetzt noch rüber. Da, 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 Katzen. Ja, ganz ruhig, ich brauch doch nur mal da, ob man uns da ruhigst. Oh, bitteschön. Au. Ich hab jetzt Angst, ich glaub, dass sie die Kugel zerstören. Hups. Da, da hinbiegen. Wolltest du? Mach ruhig. Sieht immer gut aus. Sie ist... Die ist mir mitte hinten. Aber hoch, wird los. Guck mal, hier bauen wir jetzt Darth Vader zusammen. Oh, bitte nüt. Nö. Guck mal, genau hier drauf. Ne, mir haben wir schlug. Wird auch voll passen. Was? Wuh! 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 Du musst da drüben hin. Ey, gut, dass keine Kamera an ist, ey. Äh, du hast die Kamera. Naja, ja, ja, jein. Aber nicht jetzt, du meinst du bei mir hier, das wär jetzt, äh, pfff. Hallihallo. So, ich hab'n Maul. Den ich schon mal hier reinpacke. So, einen hab'n schon mal aktiviert. Warte mal. Aha. Halten sie sich fest. Scheiße. Ich hab' was gefunden. Ja, ich seh's. Spiel. Äh. Und das hier? Okay, geh da lang. Nein, bring mich mal in die andere Richtung, bitte. Geh da lang. Kannst du mir höher bringen? Bitte, bitte, bitte. Höher geht's leider nicht. Warte. Doch. Doch. Lass dich bitte hoch. Da, auf den, auf die Plattform würde ich gern gehen. Ja, ja. Boah. Bin ich da am Haken, oder? Hallo. Du musst dich da rüber hakeln. Sehr schön. Nein. Ich glaub' das Ding deaktivierst du jetzt, und dann kommt man da unten rein, oder? Schau' wir mal. Irgendwas mache. Aber eher aktivier's. So, jetzt musst du da wieder ran. Wirft mal da an deinem Magneten. Ja, ist es. So. Ich bin so hochgesprungen. Ach, was? Ich bin so hochgesprungen. Dann bring mich mal rüber. Hey, was tust du? Ähm. Mein armer Magen. Ach, was? Haben sie einen Führerschein dafür? Nein. Au. Oh. Nee. Komm an. Was tust du noch? Siehst du, wie, wie herumschockest eigentlich? Du, 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 du. Du. Mein, der tanzt irgendwie so geil. Okay. Kann man nur mitmachen. Jetzt musst du da rein. Ja. Ich versuch grad, das so zu sein, dass ich wieder seh, was ich tu. Nein! Arsch! Was war das jetzt? Du hast mir jetzt da geschrottet. Dein Ernst. Hebe das ja nächstens wieder hoch. So tief, dass sie rankommt, bitte. Was ist das? Ach, scheiße, sowas darf ich mir eigentlich in die Hand geben. Welcher Weg? So schnell bist du mit deinem Teil, ey. Eieee. 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 warte mal noch mal zurück das musst du machen wieso gibt die andere seite passiert nichts wenn du da bist ja geschafft was passiert der da geht auf ok sagt bescheid wenn ihr rauf darf den musst du schon loslassen ich sag doch nicht dass es losgeht ich bin schon weg oben drauf gelandet warum hat er seine hände nicht genutzt glaubt du bist zu weit vorne ja ich war eine sekunde zu langsam wird zurücklaufen aber du wartest hier nicht mehr fliege nö ich will auch fliegen aber du bist kein vogel nö du bist ein flugunfähiger vogel irgendwie wenn er herunter fällt nimmt er seine arme nicht mehr hoch geschafft sehr schön natürlich bin ja ein vogel ich kann das das fliegen hast du auch in letzter zeit gut geübt wo muss denn du hin ach du scheiße wir müssen mit dem aufer hinspringen toll ja ja jetzt sagst du denn dass das so einfach geht hallo hallo ey lass mich den abgeben sei kein arsch da geht es nach oben komm gerade zu einem von den dingen hin ja ich hole doch noch die andere kugel wieso weil wir jetzt mehrere kugeln brauchen und das bringt uns jetzt was wir müssen eine hinlegen ja da oben eine bei der zwei und eine bei der eins deswegen kann ich dich in die eine hinbringen und mich dann zur anderen katapultieren so kann ich dich jetzt hier hinlegen ohne dass du wegrollst deshalb kugeln irgendwo hinlegen ist immer so ne sache gell so jetzt bist du bei der 1 noch nicht also die flugrichtung ne warte mal vorbei können wir noch ein bisschen in die richtung ja er hat fast gepasst problem ist selbst wenn ich jetzt nur mit einer hand das hebt und kannst du nicht hochheben nicht wirklich weil ich triff höchstwahrscheinlich wow die kugel wieder genau hä? halt deine kugel halt sie fest der pinguin spielt mit dem ball zu niedlich jetzt müsstest du drauf landen genau sehr schön ähm der andere land auf der 2 nein erst einmal erst einmal richtig da musst du hin ich glaube dann dass wir auch gerade mal wenn wir die 1 und 2 dann haben dann öffnen wir erst das nächste portal buch war das zu weit so ja aua gut jetzt bin ich mal gespannt jetzt müsste glaube ich das andere getter sich öffnen alarm klingt das eher okay jetzt geht da drüben irgende ne tür auf you okay wir müssen dich jetzt da rüber bringen wir müssen jetzt da rüber da müssen wir jetzt hin ein bisschen weiter links bitte zu weit links können wir jetzt auch nicht machen ein bisschen bitte ja das ist jetzt so hoch fliegen ja jetzt hänge ich auch irgendwie mit dem kopf drunter ist gleich weiter mit deutschland ist gelandet sehr gut sicher fest kann ja okay der war gut und dann fliegen wir auch gleich aufs nächste ja okay ich will gleich komplett weiter ich hätte weiter vorne stehen müssen ja interessant das muss ich auch mal machen nebenbei kann er nicht alles diesen flugunfähigen vogel lassen dieser flugunfähige vogel ist weiter ja weil ich auch alles ausricht gerichtet habe und da bist du ja schon losgeflogen nach links so job da drauf gut denn nicht so weit davon ich experimentiere herum will auch okay da komme ich dann da muss ja wieder anders sind hast du jetzt alles gut ich habe in die andere richtung du musst 23 über limbo jetzt will ich mal so hoch streber streber trotzdem geschafft ich glaube ich kann es doch gleich lassen weil wir da ganz oben müssen gut dann gehen wir mal da ich muss sagen ich finde es witzig das level es sind besonders mal was gutes für dich was machst du denn da oben jetzt müssen wir mal hierher springen na schaffst du es ja klar ist immer noch da oben also ich bin in diesem raum nicht wirklich tarnfähig ja aber der raum ist doch recht groß und dann immer aus wie bei resident ive der raum da habe ich immer angst du gehst rein kommen laser da kam der pinguin die tür zu und dann kommt die strahlenraut und war komplett noch und los körperlos ist ein prinzipiell knochenlos ja das auch ja 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 da müsste aber extrem starke muskeln haben ja ich habe so seitlich gehörten dann ging es auch ich glaube wir haben nur eine bestimmung warum er hält sich nicht fest das ist denn los hier wie ist es komisch gerade also heute habe ich irgendwie das problem dass der sich nicht richtig festhalten und hochziehen will so jetzt habe ich das ding ok ich habe was geklaut so steckst mir hin und das nächste 1 2 1 und 3 und jetzt ist ein so habe ich das nächste muss wahrscheinlich noch den richtigen reinsetzen das erste funktioniert das ist schön ich lauf mal die ganze runde ja mach mal ich lass den ein hier liegen dann nimmst du dir nicht schon den nächsten dankeschön soo da hoch da hoch du weißt ja wie es um meine akobatik fähigkeiten geht ja heute ist bei mir jetzt aber in dem level auch gerade so ein bisschen der wurm drin muss ich mal sagen oh bei mir ist aber prinzipiell der wurm drin gell ja wie war das fliegen doch heute wirklich meine bereicherung für dich ganz hinten längs gut da hinten längs ich habe schon Angst wir müssen die kanone wahrscheinlich gleich noch durch die gegend schieben oh jetzt kommen wir ran da war eine glasscheibe ja so da ist eine kugel müssen wir dich laden könnte sein ja ja das ist zumindest rohe ähnlich warte mal ich möchte jetzt mal gucken wo wir denn das nennen ja ja okay warte mal ich komme wieder gut der liegt jetzt da hinten wieder gut gut muss jetzt mal kurz gucken ah 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 ok ok ah ach du kacke das wird ein spaß ok ihr habt die höhe äh wo willst du wohin na da oben das ding noch anschließen oder die dinger da oben oder die hat eher die punkte gesagt die leuchte dinger na gut stimmt das könnte auch sein so dann wieder zurück wahrscheinlich wieder zu weit gedacht so na so dann lade mal das gewirr bin gespannt naja bling gut ihr habt ja das hat es so dann äh justier schon mal nach unten oh manon warte kugel ok dann jetzt seh ich nach unten oh feier eh verdammt ich bin hängen geblieben dann was ich bin hängen geblieben mit meinem dicken arm man gar nichts dafür abnehmen wenn du sagst dass er dick ist ähm dieses blinken gefällt mir nicht guck bestimmt irgendeine kugel daraus wir brauchen diese kugeln doch machen wir zuerst links rechts frei oder ja würde ich sagen ja dann prima also wir brauchen in jedem raum zwei energie kugeln ach du scheiß der raum ist für die sieht interessant aus ja für die äh wenn du die höhe beibehalten bist muss ich ganz rechts dann musst du jetzt mal die höhe einstellen ja stimmt er hat ne kugel ja das sieht man runde nach wird aber ein stück muss weiter weg und dann äh ne nicht der Mensch so ja probieren wirs hörst du ich bin doch rechtzeitig rumgedreht so perfekt justiert okay ich lade ich möchte mal kurz was probieren ich brauche kurz die kugel die hängt da vorne ja ja okay der raum gefällt mir besser welchen wollen wir zuerst machen ähm äh den was wir als erstes freigeschalten haben gut dann müssen wir also da als erstes rein oh nein okay ich wollte mich festhalten wir schauen ob sie durchzieht aber ich glaube das macht er nicht ah okay das geht runter du musst rauf dann springst du auf den anderen rüber und dann okay du gehst da dann geh ich da ach das ist sogar mit Einsteckhilfe oh schön ja ähm wo irgendwie was machst du denn da der penguin hat kurz vor Absprung Schiss gekriegt ja das hat man gesehen ja ähm ähm aha ich kann das und da rüber ne machen wir nicht ist zu irgendwie schwebt man hier so ein bisschen ist das dir aufgefallen das ist irgendwie nicht äh äh so ein bisschen Weltraum ähnlich äh nö also mein Schar wackelt immer so okay aber wir bräuchten ich hab die Kugel warte auf mich warte auf mich ich werde das auch schaffen ich bin so weit gekommen ich muss sagen es ist gar nicht so schwer jetzt hier das ist wir warten was für dich schwer ist und was für mich schwer ist sind zwei Paar Schuhe gell ja ne das ist ja klar aber dennoch würde ich sagen dass das Level nicht wirklich schwer ist also wir hatten wir schon schlimmer das sind viele Rätschel das sind viele Rätschel das ist nett Entschuldigung ja ne ich meine den Raum jetzt ähm dieses Ding hoch und runter das geht eigentlich da hatten wir schon wesentlich schwere ja sehr gut ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich bin glücklich da war mit einer Kugel Achterbahn ich trag die Kugel du trägst mich oder was ich schieb nur aber jetzt haben wir zwei von denen die wir brauchen und wir haben nur eine Kugel also wir brauchen zwei aber wir haben nur eine Kugel ja wer weiß hau mal die zweite rein dann schauen wir mal wie ich weiter geht Schau mal hier rein weil hier haben wir einfach eine gebraucht müssen wir da ja ok das ist jetzt mit ich flieg dort ich flieg dort ich flieg dort ok ah ok hin wir steuern gut ich bin da ach du scheinende also links ist noch einer ich bring mit ihm mal raus ok hier sind drei ja du kannst da in den nächste rein springen glaube ich hopp 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 ja ja uff ist meine pfote los wuhu so die hab ich du musst dir der die noch da links ist das ist schon ein interessantes level das ist schon ein interessantes level aber du musst da runter ne genau jetzt da runter fallen jetzt musst du von dem runter wenn den da rein fliegen genau ja und jetzt müsstest du dann ne nicht ganz hoch geflogen muss darauf dahin also viel steuern kann ich hier nicht gell ne du musst nur gucken dass du in der richtigen Höhe glaub ich bist ouch so hi schau mal wo hängst du rechts von dir hinten ich weiß nicht ich muss dir drauf gehen er bin unten pingel hast geschafft jup ich jetzt auch blub ich hab die andere Richtung geschafft yay oh nein meine kugel ich will ich hab sie gekriegt das was ich gemeint habe meine tasten lassen ab und noch mal los das ist nervig das liegt am alter das solltest du jetzt langsamer jetzt solltest du langsam gesorgen ne das ist die maus ne das ist die maus ey ich hab die maus glaube jetzt seit 5-6 Jahren wenn nicht sogar länger und du weißt wie viel ich klick ja da let it go bin ja mal gespannt was als nächstes kommt hmm hab Angst wenn so ein Alarm los geht gell ist ja schon so oft passiert einfach durch ähm ein großes tor und ein kleines tor ja mhm ist clever interesting interesting jaja mhm lutsch na so geht's ach diese doppeltüren immer ja boah das da unten ist einem was gleich fahrt mich uaaaaaah ach du oh ne kugel mhm ist klar nein oh nein nein es ist zu warm und hier sind viele kleine kugeln du musst jetzt hier den wahrscheinlich da rein dann geht hier irgendwas an ah ok wir müssen das lösen und dann müssen wir da rüber und ohne dass wir da reinfallen auf jeden Fall no 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 ja wir hätten einer links einer rechts gehen können gell ja aber ist doch blöd au man kann ja auch laufen warte auf mich wuuu plump ok hier müssen wir die kugel dann auch wieder rein machen ja dann lösen wir das nächste Ding los und dann gehen wir jetzt mal weiter ok hier ist dann wieder eine kugel ok ist im Endeffekt nur dass wir rumfliegen dass wir die kugeln holen um das hekt man hat eine längs und eine rechts gehen kann ja aber ich wollte mir das lieber so zusammen angucken nachher okay und hier ist dann jetzt die letzte Kugel und dann müsste das Ding wahrscheinlich runterfallen aufgeben ich will aber nicht in Lava versenkt werden dass das klar ist ne mal gucken es sieht schon irgendwie nach Ende aus so ein bisschen weißt du versteck mir ich muss nach vorne ich muss mir das angucken explodiert wenn es explodiert dann ist es egal ob du dich festhält es bohrt sich rein und die Lava bewegt sich kein Millimeter mehr naja wenigstens stellen wir in der ersten reihe das war coolen Lichteffekt ja guck mal jetzt hat sich alles verhärtet hier ist klar und jetzt ist da natürlich ein auf geht's bis da rein ich glaube das war es schon ja das ist der Ausgang ja das ist der Ausgang ja kaboom jetzt werden wir noch mal so ein bisschen uns kurz die Lobbys durchschauen für zehn Minuten werden dann noch ein paar so unser Fazit zu geben und das machen wir dann aber alles in der nächsten Folge ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr könnt ja mal ein Kommi oder ein Like da lassen und ansonsten sehen wir uns dann noch in der allerletzten Folge bei dem Fazit nochmal wieder und ich wünsche euch einen angenehmen Tag habt oder morgen je nachdem wann ihr das Video euch angeschaut habt und ich sag auf Wiedersehen und die Nice hier wahrscheinlich auch ich war jetzt ein bisschen komisch was hier mit dem Stock hier am Arm ja komm